Ne, zwei. Aua. Er will doch nur schmusen. Er kraftvoll ist ja, aber es ist okay. Ich muss das aufpassen. Musik Musik So, wir sind auf dem Weg zur Gapiti Alley. Wir sind heute sehr spät los, da wir heute Abend schön den Bunke den Dundesweer ansehen wollen. Damit die Leuchtreklane natürlich noch ein bisschen besser durchkommen und so weiter. Es ist heute nicht so schönes Wetter, aber davon lassen wir uns nicht abhalten und schauen uns das hier mal an. Musik Locked myself in the city Worked for This life I live has reached a man The waves grow strong On the shore Ready to get wet again Now the moon has come Quaint of the night Show me how my bride to be As I dance tomorrow I raise a light Will I melt in a melody? And now I feel... Oh yeah And now I feel I live in a melody And now I feel in a melody I feel in a melody And now I feel in a melody Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind jetzt einmal durch die Graffiti Alley und durch die Rush Lane durchgelaufen. Die sind beide ziemlich besprüht. Sieht aber echt cool aus. Man kann hier gerne mal durchlaufen. Stinkt nur ein bisschen, ist nicht so aufgeräumt hier. Aber gut. Es ist ja so eine Hintergaste. Es gehört aber auch eigentlich zum Stil dazu. Hinter uns sieht man unser Lieblings-Graffiti. Genau, das finde ich ziemlich cool. Sehr schön hier. Ja, da hinten ist auch anscheinend gerade dabei, diese Wand hier zu verschönern. Sieht auch schon ziemlich nice aus. Wir waren gerade in einem Einkaufsladen hier hinter uns und haben uns für die Arbeit Jeanshosen gekauft. Wir wollten einfach mal gucken, was die hier so kosten. und sehen, oh ja, hier alles runtergesetzt, Jeans-mäßig. Cool. Gucken nach. Ich habe jetzt einfach mal eine Jeans für 6 Dollar gekauft und Lukas eine für 13 Dollar. Also echt mega günstig. Wir sind total happy. Ja. Richtig geil, ey. Wir sind am Yandande Square. Hier läuft nebenbei ein bisschen Werbung für den neuen Wettenfilm. Und viele, viele Anzeigetaten über Werbung. Neue Amazon-Serie und so weiter. Das ist echt schon krass. Wenn ich nicht früh im Kopf bin. Ok, hier brauche ich dir. Bis zum nächsten Mal.